Eugen Diederichs war ein bedeutender deutscher Verleger. 1896 gründete er seinen Verlag in Florenz, dessen breit gefächertes Programm sich auf Werke der deutschen Romantik und Klassik sowie Schriften der Antike und Friedrich Nietzsches erstreckte. Heute ist der Verlag ein Imprint von Rendemhaus in München. Leben Eugen Diederichs wurde auf dem Landgut Löbitz bei Osterfeld, Thüringen geboren und verbrachte seine Kinder- und Jugendjahre ab 1872 in Naumburg. Er ließ sich auf Wunsch seines Vaters Karl Friedrichs nach dem Einjährigen zum Landwirt ausbilden und arbeitete anschließend als Verwalter auf verschiedenen Höfen. 1888 folgte er seiner eigentlichen Neigung und ließ sich in Halle zum Buchhändler beim Theologischen Verlag Holkenstrien ausbilden. In den folgenden Jahren arbeitete er als Sortimenter in verschiedenen Buchhandlungen. Seine Vorliebe fürs Reisen zeigte sich schon 1892, als er die erste größere Unternehmung vom Oberrhein und dem Elsass in die Schweiz über die französischen Alpen nach Spanien und schließlich nach Bordeaux machte. Bereits als junger Mann erfuhr er einen Nervenzusammenbruch und litt unter starken Depressionen. Nicht selten sollten die Reisen auch der Genesung seiner depressiven Phasen dienen. Als es ihn 1896 nach Italien zog, entschied er sich in Florenz einen Verlag zu gründen. In einem Brief aus Venedig an Ferdinand Avnarius vom 1. September schrieb er »Ich will mich diesen Moment gründen unter der Firma«. Die ersten Veröffentlichungen waren Gedichtbände von Emil Rudolf Weiß und Ferdinand Avnarius. Wobei Diederichs »Der große Erfolg« 1897 mit Hans Blums »Die deutsche Revolution« 1848-49 gelang. Im gleichen Jahr siedelte das Unternehmen nach Leipzig über. Zu den Publikationen der frühen Jahre gehört auch das zweite Buch von Hermann Hesse »Eine Stunde hinter Mitternacht«. Die Verlagstätigkeit in Leipzig und Jena im folgenden Jahr heiratete Diederichs Helene Vogt, die zum Zeitpunkt der Bekanntschaft als Autorin für die Schleswig-Holsteiner Landsleute tätig war. Mit ihr hatte er vier Kinder. Ruth, Jürgen, Nils und Peter Diederichs. Im Jahr der Hochzeit gab er Wilhelm Bölsches das Liebesleben in der Natur in drei Bänden heraus. Er begann die ersten Werkausgaben von Jens-Peter Jacobsen, Novalis und Mauriz Emeterling herauszugeben, denen weitere folgten, so von John Raskin, Leo Tolstoi, Anton Tschecho und Friedrich Hölderlin. Diederichs konzipierte in den nächsten drei Jahrzehnten mehrere Reihen und Serien, was seine Tätigkeit als Verleger kennzeichnete. Als erste Reihe erschien 1899 Monografien zur deutschen Kulturgeschichte. Die 1905 allerdings nach zwölf Bänden erfolglos eingestellt werden musste. Ferner eröffnete er die Reihen erziehert zu deutscher Bildung, die Kunst in Bildern und Religion und Philosophie Chinas. 1904 zog der Verleger mit seiner Familie von der Metropole des Buchhandels Leipzig nach Jena um. Drei Jahre nach der Übersiedlung des Verlags wurde er Mitglied des Deutschen Werkbundes. Der erste Verlagskatalog erschien 1908 unter dem Titel »Wege zur deutscher Kultur«, in dem der Verleger seinen Gesamtbestand in sieben Kategorien aufteilte. Neben der Spate Schriften der Antike, der deutschen Mystik, der italienischen Renaissance sowie der deutschen Klassik und Romantik enthielt das Verzeichnis die Bereiche Bücher zu Friedrich Nietzsche, Einzeltitel Kultur theoretischer und lebensphilosophischer Ausrichtung und Werke der Weltliteratur als Bezugspunkte für die deutsche Kultur. In der ersten Kategorie erschienen Werke von Platon, Aristoteles und Plotin sowie Meister Ecke Hartschriften und ekstatischen Konfessionen von Martin Buber. Von den Romantikern waren Friedrich Hölderlin, Friedrich von Schlegel, Friedrich Schleiermacher und Bettina von Arnim vertreten. Das wichtigste Buch der zweiten Abteilung war Karl Albrecht, Bernoullis, Franz Oferbeck und Friedrich Nietzsche, das dem verklärten Nietzsche-Bild des Nietzsche-Archivs entgegenwirkte. Weiterhin verlegte er die Werke des Sozialphilosophen und Malers John Raskin, der ihm als Vorbild diente, und Bücher deutschsprachiger Autoren wie Wilhelm den Bülsche, Bruno Wille, Hermann Löns und Karl Spitteler. Auch Arbeiterliteratur ließ Diederichs von seinem Lektor Paul Göre herausbringen, so das Leben eines Landarbeiters von Franz Rehbein. Das breit gefächerte Verlagsprogramm verdeutlichte Diederichs Anspruch, einen universellen Kulturverlag zu führen, dessen Ausrichtung jedoch von seiner persönlichen Entwicklung und individuellen Weltempfinden abhing. Nach und nach wurde das Profil des Unternehmens von religiösen und antirationalistischen Schriften durchdrungen und neuromantischen Autoren wie Ludwig Köln, Karl Joel und Erwin Kircher geprägt. Zugleich sollte der Verlag zur Anlaufstelle von nationalkonservativen Schrifttum werden. Ein Teil der Romanliteratur war der Heimatkundebewegung zuzuordnen, die gegen die Industrialisierung und Technisierung Deutschlands gerichtet war. Zu den Autoren des Verlages zählte auch seine eigene Frau Helene Vogt-Diederichs, die aus Kinderland und den Novellenband nur ein Gleichnis veröffentlichte. Nach Affären von Helene Vogt-Diederichs mit Max Scheler und Erich Kuythen kam es 1908 zu einer Ehekrise, die 1911 zur Scheidung des Ehepaars Diederichs führte. Ein Jahr später übernahm Eugen Diederichs die kulturpädagogische Zeitschrift die Tat, die er seit 1913 selbst herausgab. Diederichs gilt als Mentor des Freistudentischen Seherer-Kreis in Jena. Seit dem 18. April 1916 war er mit der Schriftstellerin Lulu von Strauß und Toni verheiratet, die ebenfalls einige ihrer Schriften im Verlag herausbrachte und aktiv mitarbeitete. Kurz vor dem Ersten Weltkrieg konzentrierte sich der Verleger mehr und mehr auf die Herausgabe von Büchern, die im Zeichen einer »Volkstum-Bewegung« standen. Diese Ausrichtung des Programms sollte das Profil des Unternehmens unter Beibehaltung früherer Akzente in den 1920er Jahren maßgeblich mitbestimmen. Eine weitere Annäherung an den Nationalsozialismus zeigte sein Beitrag »Krisis des Deutschen Buches«, den er in den Mitteilungen des von Alfred Rosenberg initiierten völkisch gesinnten »Antisemitischen Kampfbunds für deutsche Kultur« publizierte. Diederichs war Mitglied der Freimaurerloge Urania zur Unsterblichkeit in Berlin. In seinem Verlag erschienen zahlreiche bedeutende freimaurerische Werke. Nach dem Tod Eugen Diederichs 1930 übernahmen seine Söhne Nils und Präter Diederichs mit Hilfe von Lulu von Strauß und Toni sowie Max Linke die Leitung des Unternehmens. In den 1930er und 1940er Jahren stand der Name Diederichs weiterhin für die von Eugen Diederichs vorgegebenen Inhalte und Ziele, auch für jene der Völkerverständigung. Da die Ausrichtung des Verlages auf einer national-konservativen Tradition beruhte, konnte der Betrieb während des Nationalsozialismus durch eine Anpassungsstrategie weiterhin bestehen. Dennoch bekam das Unternehmen die Zensurmaßnahmen der NS-Regierung früh zu spüren. 1933 musste Hans Zehre, der Herausgeber der Tat, seine Position auf Geheiß der NS-DAP aufgeben. Ab 1935 war der Titel im Handel nicht mehr erhältlich. Auch die Bücher von Richard Benz, einem der wichtigsten Autoren des Verlages, fielen der Zensur zum Opfer und so wurde 1935 die Veröffentlichung seines Werkes Geist und Reich verboten. Ungeachtet dessen erschien ein Jahr später bei Diederichs ein neuer Titel von Benz, der aufgrund seines weniger verdächtigen Namens vom Erdenschicksal ewiger Musik veröffentlicht werden konnte. Edwin Erich Twinger, der seit Beginn der 1930er Jahre einen Hauptteil der Verlagseinnahmen ausmachte, bekam 1942 aufgrund seiner Schrift zwischen Weiß und Rot Probleme mit den Zensurbehörden. Allerdings blieb die Zahl der verbotenen Bücher während der NS-Zeit überschaubar, neun Werke wurden als ausdrücklich unerwünscht von der Regierung. Deklariert Während Z.B.S. Fischer zwischen 1933 und 1944-123 Bücher aus seinem Verlagsprogramm streichen musste. Es wurden aber auch Bücher von Hermann Wirth, dem Gründer des Ahnenerbes, verlegt. Als Nils und Peter Diederichs 1939 eingezogen wurden, übernahm Max Linke die alleinige Leitung des Verlages. 1946 wurde er von Soldaten der Roten Armee verhaftet und starb am 17. September 1947 im Speziallager Sachsenhausen. Verlagsgeschichte Nach dem Krieg erst 1949 konnte der Verlag in Düsseldorf und Köln neu gegründet werden. Er existiert noch heute, war von 1988 bis 2008 ein Imprint des Heinrich-Hugendubel Verlags München und gehört seit Mai 2008 zur Verlagsgruppe Rendemhaus, Eugen Diederichs und die Buchkunst. Ein Hauptanliegen des Verlegers war es, edle Gebrauchsbücher herzustellen. Diese sollten sich von der üblichen Massenware ebenso absetzen wie von repräsentativen Prachtausgaben. Für ihn stellte das Buch ein Gesamtkunstwerk dar, bei dem alle Materialien aufeinander abgestimmt sein mussten. Die äußere Gestalt des Buches sollte wiederum zum Inhalt des Werkes passen. Diederichs Vorbild hierbei war William Morris, der sich seinerseits auf die Buchkunst des Mittelalters bezog. Eine herausgehobene Rolle bei der Ausschmückung der Publikationen spielte der Innentitel, der den ersten Eindruck über Inhalt und Ausrichtung des Buches vermittelte. Außerdem legte Diederichs Wert darauf, holzfreies, raues, nicht glänzendes Papier zu verwenden, das zusammen mit dem Natureinband einen traditionellen handwerklichen Eindruck ergab. Weiterhin lag dem Verleger an einer künstlerisch geschnittenen Schrift und auch der Aufdruck. Der Buchschnitt und das Vorsatzpapier mussten farblich aufeinander abgestimmt sein. Während die Buchausstattungen in den Leipziger Jahren von Jugendstil und Biedermeier beeinflusst waren, versuchte der Verleger seit der jener Zeit eine weniger verspielte Ausformung seiner Veröffentlichungen zu konzipieren. Die opulente Verzierung wich dem Anliegen, eine größere Einfachheit bei der Gestaltung der Werke zu erreichen, die dann noch dekorativ wirken sollten. Beschäftigte Diederichs in Leipzig hauptsächlich Künstler wie Heinrich Vogeler und Johann Vincenz Sissartz. Kam es in jener zur Zusammenarbeit mit Fritz Helmut Ehmke und Peter Behrens, der 1907-08 eine neue Antiquarschrift entwickelte. Außerdem traten Friedrich Hermann Ernst Schneeidler, Marie Bock, Anna Grammatücker, Wilhelm Schulz und Erich Kuithen als Gestalter neu hinzu. Besonders durch die Zusammenarbeit mit dem Holzschnitzer, Maler und Grafiker Max Thalmann, der bis zu seinem Tod 1944 künstlerischer Beirat des Verlags war und eine Reihe von Büchern selbst gestaltete, gelang es Diederichs in den folgenden Jahren, seinen Verlagsproduktionen einen möglichst einheitlichen Stil zu verleihen. Auszeichnungen Im Jahr 1900 erhielte Diederichs die Bronze-Medaille für seine buchkünstlerischen Leistungen auf der Weltausstellung in Paris. 1924 verlieh die Universität Köln auf Vorschlag von Friedrich von der Leyen Eugen Diederichs die Ehrendoktorwürde. Zu seinem 60. Geburtstag ernannte ihn die Stadt jener zum Ehrenbürger. Reihen und Serien, Monografien zur deutschen Kulturgeschichte, insgesamt zwölf Bände und Registerbänd 1899 bis 1909. Erzieher zu deutscher Bildung insgesamt neun Bände 1904 bis 1907. Deutsches Leben der Vergangenheit in Bildern Ein Atlas mit 1760 Nachbildungen alter Kupfer und Holzschnitte aus dem 15. 18. Jahrhundert. Zwei Bände 1908. Die Kunst in Bildern Insgesamt sechs Bände 1909 bis 1921. Religion und Philosophie Chinas Insgesamt acht Bände 1910 bis 1930. Politische Bibliothek Insgesamt 18 Bände 1910 bis 1918. Die deutschen Volksbücher Insgesamt sechs Bände und ein Leitungsband 1911 bis 1924. Das Zeitalter der Renaissance, insgesamt 14 Bände i. Serie Bände 1 bis 10, 2 Serie Bände 1,2, 7,10, 1910 bis 1928. Thule, altnordische Dichtung und Prosa, insgesamt 24 Bände und ein Leitungsband 1911 bis 1930. Die Märchen der Weltliteratur In der ersten Periode insgesamt 35 Bände. Religiöse Stimmen der Völker Insgesamt zwölf Bände 1912 bis 1925. Schriften zur Soziologie der Kultur Insgesamt vier Bände 1913 bis 1919. Schriften zum Verständnis der Völker Insgesamt sechs Bände 1915 bis 1917. Atlantis, Volksmärchen und Volksdichtungen Afrikas Insgesamt zwölf Bände 1921 bis 1928. Deutsche Volkheit Insgesamt 77 Bände 1925 bis 1931. Eigene Schriften Eugen Diederichs Vaterländische Gesellschaften In die Tatmonatsschrift für die Zukunft deutscher Kultur Heft 5 Achtel 1916. Eugen Diederichs Die Tätigkeit des Verlages Eugen Diederichs in Jena während des letzten Jahrzehnts 1914 bis 1924. Eugen Diederichs Verlag Jena 1924. Eugen Diederichs Aus meinem Leben Eugen Diederichs Verlag Jena 1938.